Hallo zusammen und willkommen zu einem längst überfälligen neuen Podcast, der Reihe Landsquid Bird Rider Podcast. Stimmt's? Stimmt. Bei mir ist wie immer oder wie meistens die Merlin. Hallo. Und anstatt wie angekündigt über eine Vorschau der Spiele im Jahr 2018 zu reden, denn da sind wir irgendwie mittendrin. Wir hätten nicht mehr viel Vorschau vor uns. Ja, naja, reden wir über die E3. Genauer gesagt heute über die EA-Pressekonferenz, die die E3 quasi eröffnet hat, wenn man so will. Wobei die gar nicht, als Side-Note, wenn ich mich nicht irre, im E3-Messegebäude waren, sondern die haben sich wieder selber irgendwas gemietet, glaube ich. Okay. Aber whatever. Wie auch immer. Im Rahmen der E3 auf jeden Fall. Genau. Haben die als Erste jetzt ihre Spiele für 2018, 2019 vorgestellt. Und ich kann schon mal sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Die haben genau das geboten, was ich erwartet habe. Ob das jetzt gut ist, ist natürlich wieder eine andere Frage. Ja, jedes Mal vergesse ich, wofür EA eigentlich steht und denke mir so, ach ja, die EA-Pressekonferenz. Und dann kommt sie und ich denke mir, ach ja, die EA-Pressekonferenz. Naja. Tja. Sie ist übrigens gerade erst vorbei. Also es ist, weiß nicht, vor vielleicht zehn Minuten oder so. Genau. Bei uns wird hier gerade noch auf dem gemuteten Fernseher irgendwie FIFA gespielt. Und das sieht ehrlich gesagt genauso aus wie FIFA 15 oder so, oder? Hat sich da irgendwas verändert in den letzten Jahrzehnten? Ja, wir wissen es nicht. Aber wir sind auch beide keine Experten. Aber lass uns von vorne anfangen. Genau. Fangen wir von vorne an. Also was mich als erstes gleich mal gefreut hat, EA ist gleich wieder mit seinem interaktiven Persona 5 Kampfmenü-Design aufgetreten. Das war schon im Vorjahr, finde ich, wirklich lustig, weil die ganzen Anzeigetafeln von wegen, also diese Werbebanner von EA sahen wirklich exakt aus wie das Kampfmenü in Persona 5, wie dieser Comic-Stil, dieses Rot auf Weiß und das war sehr schön. Habe mich gleich wieder daran erinnert gefühlt. Immerhin eine gute Sache auf dieser Pressekonferenz. Nein, es gab durchaus zwei, drei, ein, zwei sagen wir mal Sachen, die nennenswert sind. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Was war denn das Erste? Ach so, ja. Ich würde gerne auch noch generell was dazu sagen zum Anfang, bevor wir mit den Spielen anfangen. Und zwar fand ich erst einmal diese VR-Anfangssequenz, die da gezeigt wurde im Stream, ganz, ganz furchtbar. Ach ja. Und ich frage mich jedes Mal, wenn sowas ist, wie ist es, wenn man da wirklich Präsenz ist, also während der Pressekonferenz auch da sitzt. Was sieht man da? Das muss man vielleicht kurz erklären, denn das war quasi so ein Einspieler, in dem sah man, wie ein Anthem-Ironman-Charakter aus dem Bildschirm, aus der Leinwand auf der Bühne herausgeflogen kam. Und dann kam irgend so ein Golem und hat aus dem Bildschirm raus nach ihm gegriffen. Und dann kamen Raketen, die in den Bildschirm reinflogen. Und genau, es war so 3D aus dem Bildschirm raus. Und es sah so aus, als würde sich die Action über dem Publikum ereignen. Und genau das, was das Publikum wohl sieht und ob die überhaupt verstehen, was los ist, wenn danach die Moderatorin auf die Bühne kommt und sagt, oh, das war awesome, habe ich mich auch gefragt. Ja, komisch, oder? Und ich fand es auch, also, naja, mein Gott. Ein bisschen Panne halt. Ja, genau. Dann fand ich auch irgendwie, dass mal wieder der Host irgendwie anscheinend selbst Gamerin ist, was ja dann auch erwähnt wurde, dass die wahrscheinlich selbst irgendwie, weiß nicht, irgendeinen Kanal hat oder so. Wahrscheinlich streamt oder irgendwie sowas. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich kannte die auch nicht. Ich finde das ein bisschen schade, weil ich glaube, EA war ja diejenige, die die letzten Jahre immer diese schwarze Frau... Nein, das ist Ubisoft mit der charismatischen, mit der einzigen, mit der einzigen charismatischen Person, die während der E3 normalerweise auf der Bühne steht. Ja, na gut, okay, dann waren das andere. Ich bin gespannt, ob es die wieder gibt, aber offensichtlich war diese Moderatorin angelehnt an diese andere Moderatorin. Wer weiß, ich fand sie aber echt auch nicht gut. Nee, nee, aber gut, mein Gott, ist auch okay. Okay, und einfach generell, es war wieder ein sehr großes Fremdschämenfest, aber das habe ich leider oft bei den Pressekonferenzen, und zwar bei allen durch die Bank. EA ist ganz schlimm, weil das sieht, da merkt man einfach so stark, bei denen gibt es zwei Arten von Auftritten. Die Art A ist, ich gehe auf die Bühne, habe mein Skript, halte mich Wort für Wort dran und mache sogar Pausen, damit das Publikum lachen kann, obwohl keiner lacht. Und die zweite Art ist, oh mein Gott, ich bin so nervös, ha, 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 oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ha, 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 ich muss erst mal durchatmen. Das machen die auch gern, ob das Absicht ist, oder ob die ihre Indie-Entwickler tatsächlich unvorbereitet und nervös auf die Bühne schicken, damit sie den Effekt kriegen, das weiß ich nicht. Aber das ist bei EA so die beiden. Ja, aber mehr wollte ich dazu auch gar nicht sagen. Steigen wir einfach direkt ein mit den Spielen, das, was wirklich interessiert. Es ist schon mal ganz, also exemplarisch ist schon mal, dass meine ersten drei Wörter, die ich aufgeschrieben habe, sind Persona 5, Anthem, langweilig. Das erste Spiel, das sie dann aber tatsächlich gezeigt haben, war Battlefield 5. Battlefield 5, ja. Und das spielt im Zweiten Weltkrieg. Genau. Und sie haben halt so ein paar Features gezeigt, was Battlefield 5 haben wird. Ich weiß nicht, willst du vielleicht anfangen, weil ich würde sonst wirklich meine Notizen... Genau. Einfach durchgehen. Also im Endeffekt sah es nicht sehr viel anders aus wie Battlefield 1. Dadurch, dass die die ganze Technik aus dem Ersten Weltkrieg für Battlefield 1 ordentlich gepimpt haben, hat man auch da keinen großen Unterschied gemerkt. Und wenn man sich so ansieht, was für große Innovationen die jetzt in Battlefield 5 hinzugefügt haben, dann kann man sich sicher sein, dass das einfach Battlefield 1.5 sein wird oder so. Denn das, was neu ist, das große Neue ist, man kann jetzt durch Fenster klettern und durch Scheiben springen und man kann diese stationären Geschütze, diese Artillerien und sowas an seine Panzer hängen und von A nach B fahren. Stimmt. Das haben sie ganz groß beworben und auch im Trailer mehrfach gezeigt, dass das jetzt geht. Das ist so innovativ neu, dass ich mir das nicht mal aufgeschrieben habe. Ja, genau. Und Charakter-Customization gibt es jetzt. Ah, okay. Was auch sowas ist, wo ich mir ehrlich gesagt denke, muss es wirklich erst fünf Teile vorher geben, bis man auf die Idee kommt, dass man seinen Charakter mal ordentlich customisieren kann. Naja, auf jeden Fall gibt es das jetzt. Und natürlich, natürlich gibt es jetzt einen Battle-Royal-Modus für Battlefield 5. Ja, er hätte es geahnt. Genau. Call of Duty hat es ja schon vorgemacht und jetzt zieht eben auch Battlefield 5 nach mit einem Battle-Royal-Modus. Ja. Aber mehr wurde da eigentlich, glaube ich, gar nicht zu gesagt. Nein. Außer, dass es ihn geben wird. Genau. Mehr erfahren wir dann auf der Microsoft-Pressekonferenz morgen oder wenn ihr den Podcast hört, vielleicht heute oder vielleicht auch schon vor längerer Zeit. Das kommt drauf an, wann ihr ihn hört. Ja, was ich noch sagen würde dazu, was ich mir noch aufgeschrieben habe, es gibt noch mehr zerstörbare Umwelt, soweit ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, sie haben gesagt, dass die Zerstörung jetzt noch besser ist und man hat wieder Häuser zerfallen sehen. Eigentlich wollte ich dazu nur sagen, dass ich das in Battlefield 1 schon cool fand und dass es immer noch cool ist, dass man halt einfach Sachen zerstören kann. Ja, zerstörbare Umgebung ist immer toll. Ja, und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, obviously Frauen. Das stimmt. Also wirklich, man hat so, jede zweite Person war eine Frau, was ich grundsätzlich total gut finde. Andererseits denke ich mir halt auch, muss es so offensichtlich gemacht werden? Ist es nicht, ist es nicht einfach eine Selbst, sollte es keine Selbstverständlichkeit sein, aber man muss es offensichtlich zeigen? Na, ich sehe jetzt schon die Foren wieder überlaufen mit Beiträgen, von wegen, oh, so voll unrealistisch mit Frauen im Zweiten Weltkrieg. Aber, weil Battlefield ist ja so das Musterbeispiel für historische, akkurate Abbildung von Krieg. Selbstverständlich kann man da nicht auf einmal so unrealistische Elemente wie weibliche Soldaten einbauen. empörend, wenn alles andere so exakt unrealistisch ist. War das bei Battlefield diese, es gab doch mal irgendwie bei irgendeinem Shooter diese, eben genau diese Diskussion von wegen so, ja, warum gibt es da keine Frauen? Ich kann mich aber auch irren. In Battlefield 1 gab es eine ähnliche Diskussion wegen den schwarzen Figuren, weil da hieß es, im Ersten Weltkrieg gab es ja gar nicht so viele schwarze Soldaten. Naja, wie auch immer, es ist ja auch scheißegal eigentlich, nur es ist mir einfach aufgefallen, dass es sehr präsentiert wurde. Das stimmt. Ich glaube, das macht EA grundsätzlich gerne, habe ich das Gefühl. Die achten schon seit letztem Jahr schon sehr stark auf Diversität und so weiter mit ihren. Was grundsätzlich ja gut ist. Ja, klar. Es ist ein bisschen komisch, dass so verstärkt darauf hingewiesen wird, aber gut. Ich würde halt EA unterstellen, dass das wahrscheinlich eher ein Image-Ding ist und kein, ich will gerne ein diverses Bild der Menschen abbilden aus idealistischen Gründen in meinen Spielen-Ding. Naja, aber gut. Hast du noch was sonst? To Battlefield 5 nicht, nee, genau. Okay. Dann kommen wir zum Zweiten und ich habe mir auf meinen Zettel aufgeschrieben, Fußball überraschenderweise mal wieder ein FIFA dieses Jahr. Genau. Das ist alles, was ich mir aufgeschrieben habe zum neuen FIFA 2018. Äh, 19. 2019, oh Gott, ja. Mein Zettel, meine Notizen sind nicht besonders länger. Was mir sofort aufgefallen ist, bei der ersten Szene sieht man so einen Gang ins Stadion, irgendwie super high-end gerendert und drunter stand irgendwie aufgenommen in Game Engine. Und da habe ich mir echt gedacht, ah, EA macht tatsächlich wieder. Sie schreiben in Game Engine gerendert. So, wow, ja, auf eurem 20.000-Euro-Rechner, den ihr da rumstehen habt, hat ihr das in Game Engine gemacht. Sehr gut. Aber das wird halt niemals auf irgendeiner Konsole oder irgendeinem Heim-Vizie so aussehen können. Der älteste Trick in the Book. Aber sie haben es wieder getan. Sie haben es wieder getan, ja. Ja, da muss ich ein bisschen lachen. Und sie haben mal wieder, wie gesagt, ein FIFA angekündigt, was jetzt nicht sehr überraschend war, weil FIFA halt einfach jedes Jahr kommt. Man kann es ja auch jedes Jahr wieder neu verkaufen. Warum nicht? Ja, aber diesmal mit UEFA Cup. Okay, lass uns nicht so tun, als du wirst du wieder irgendwas. Also, aufgrund von der Pressekonferenz und was so geredet wurde, habe ich herausgefunden, dass UEFA, glaube ich, was mit Fußball zu tun hat. Irgendwas mit Fußball. Ihr merkt schon, wir sind die Experten. Ja, viel Spaß euch allen bei der WM. Genau. Wir sind nicht dabei. Das war so das große Feature UEFA. Irgendwas mit Fußball. Habe ich EM, WM? Ah, ist egal. Naja. Ich wüsste nicht mal, was ist. Irgendwas Großes. Gut. Naja. Viel Spaß auf jeden Fall dabei. Ja, ich glaube, mehr können wir dazu auch gar nicht sagen, oder? Dann würde ich sagen, kommen wir schon zum Nächsten. Also, das Nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist das große neue Cloud-Streaming-Angebot. Genau, das habe ich hier auch. Origin Access Premium. Genau, Origin Access. Ich war ein bisschen überrascht, Origin gibt es anscheinend noch. Ja, stimmt. Und ich habe mir bei dem Streaming gedacht, ja, das wird sicher super funktionieren in Deutschland. Im Hightech-Land Deutschland. Naja. Ja, das sind so, also ich weiß nicht, da habe ich nicht so Meinung zu, so Cloud-Streaming-Dienste müssen. Also, da kann man halt vorher wenig zu sagen. Das muss man sehen, ob es funktioniert, wenn es dann kommt. Genau. Die haben auch keinen Preis genannt. Wenn wir jetzt hier uns in, tatsächlich in Netflix oder Amazon Prime-Bereiche bewegen, dann super cool. Ich befürchte, dass wir uns eher im mittleren zweistelligen Bereich monatlich bewegen werden. Und dann wird es nicht mehr so cool. Aber angeblich, also sie werben mit über 100 Spielen, nicht nur EA, sondern auch andere Hersteller. Ja, und ja, ich befürchte so ein bisschen, dass jetzt jeder anfängt, so sein eigenes Süppchen zu kochen. Wie schon, ne, Origin von wegen nur EA-Spiele und dann will aber Sony auch irgendwie ein Stück vom Kuchen. Die machen ihren eigenen Streaming-Dienst, haben die ja schon. Und Microsoft wird auch noch und so weiter. Naja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Grundsätzlich bin ich Streaming nicht abgeneigt, wenn es funktioniert und so. Weil dann muss man sich in Zukunft eventuell keine teure Hardware mehr kaufen, sondern es reicht ein Bildschirm und ein Controller und eine stabile Internetverbindung. Was in Deutschland vielleicht irgendwann auch nochmal eine Option sein wird. Auf der Kehrseite ist das für Sammler eher schlecht, weil man kann sich keine schönen Spiele mehr ins Regal stellen. Für Sammler wird es immer irgendwas geben. Die Collectors Edition. Ja, oder sie schwenken halt um zu irgendwelchen Figuren. Aber ich, also wie gesagt, ich kann nicht mehr dazu sagen. Muss man sehen, wenn es kommt. Aber ich denke mal, dass ich jetzt nicht so die Zielgruppe dafür bin. Dafür spricht es mich zu wenig an. Ja. Einfach. Gehen wir zum nächsten, würde ich sagen. Ja, gerne. Das war, habe ich zumindest hier stehen, ein etwas seltsames Interview mit einem Entwickler, der wohl an einem Star-Wars-Spiel arbeitet. Ja, irgendwie war es ganz komisch. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Also irgendwie, es wurde, also soweit ich das verstanden habe, das Star-Wars-Spiel angekündigt, was jetzt so der Nachfolger von dem Knights of the Old Republic sein soll, oder? Also so dieses. Nein, irgendwie. Naja, kein offizielles, aber halt so ein großes Star-Wars-Spiel. Genau. Ein großes RPG mit Jedi und so. Genau, so ein RPG. Und der Name wurde revealed, es soll Star-Wars Jedi Fallen Order heißen. Und es, es soll im Winter 2019 kommen. Aber man hat noch nichts gesehen. Absolut gar nichts. Kein Bildchen. Es wurde nichts dazu gesagt. Gar nichts. Ob das noch kommt vielleicht bei Microsoft oder Sony? Also, ob das, ob das überhaupt zu der, ob das überhaupt kommt, ob das zu der Zeit kommt, ob es dann, wenn es kommt, noch so heißt, alles steht in den Sternen. Also von daher, ich fand das ganz komisch. Das war wirklich für mich so ein, ja, wir wissen, wir müssen irgendwas dazu sagen, aber wir können überhaupt nichts zeigen. Und deswegen hier, Typ, setz dich mal da hin und sag irgendwas. Ganz komisch. Ganz komischer Fremdschämung. Es ist auch echt komisch, weil vor drei Jahren, glaube ich, hat EA auf seiner Pressekonferenz angefangen mit Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Wir haben so viele Star-Wars-Spiele, ey, so viele Star-Wars-Spiele. Und jetzt, drei Jahre später, sind bis jetzt zwei Battlefronts und ein Handyspiel erschienen. Und bis jetzt hat man von sonst nichts gehört. Und jetzt soll eben dieses RPG, das damals schon geteased wurde, nächstes Jahr dann doch nochmal rauskommen. Ja, wo sie aber gar nichts gesagt haben zu. Also wirklich gar nichts. Außer so, ach ja, ich werde einen Lightsaber in der Hand haben. Ach cool, echt, wow. Vielleicht kommt es ja Switch-exklusiv und wird so mit Bewegungssteuerung oder so. Oh Gott. Auf jeden Fall, nee, das wäre eher so Wii-Zeiten gewesen. Auf jeden Fall habe ich mir schon gedacht, dass das vielleicht auch daran liegt, weil ich weiß ja, ich habe mitbekommen, dass EA ziemlich Probleme mit dem Lizenzgeber Disney bekommen hat, wegen der Star Wars-Lizenz. Die waren sehr unzufrieden mit Battlefront 2, mit diesem ganzen Shitstorm wegen der Monetarisierung. Und auch mit der Qualität des Spiels nicht einverstanden. Und denen sind auch zu wenig Spiele erschienen. Und das ist scheinbar sogar ein Vertragsbruch. Deswegen hätte theoretisch Disney EA die Star Wars-Lizenz entziehen dürfen, obwohl der Vertrag noch gültig ist. Und Gerüchten halber waren die wohl auch schon mit Activision, wenn mich nicht alles täuscht, und Ubisoft oder Ähnlichem in Gesprächen, was die Star Wars-Lizenz angeht. Jetzt scheint es aber so, vielleicht, als würde EA die doch noch behalten. Und dieses kurze Interview von wegen, wir arbeiten hier in einem Rollenspiel, war vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Disney gerichtet. Ja, wer weiß. Wer weiß, auf jeden Fall ganz komisch. Und ich meine, das, was du gerade gesagt hast, erklärt auch, warum sie dann nochmal gesagt haben, oh, wir haben ja in Battlefront 2 so viel Sachen gemacht. Genau. Also, das war kurz so, ja, sorry, Leute, wir wissen, das war ein bisschen doof so, aber hier, guckt mal, was wir alles gemacht haben seitdem. Und, uh, guckt mal hier, was noch alles kommt. Also, ich fand's ... Das stimmt. Im Grunde kam so einer auf die Bühne und hat sich entschuldigt für das Spiel. Oder? Kann man echt so sehen. Ja, so ein bisschen. Und hat dann gesagt, na, aber schaut, wir haben doch in den letzten Monaten, wir haben den Progress, haben wir total verändert, viel besser. Und das haben wir besser gemacht. Und jetzt kommt bald Content von dem Han Solo-Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber der anscheinend ziemlich schlecht sein soll. Und so weiter und so fort. Hm. Naja. Hm. Das, das war der Star Wars-Part. Ja, mehr, mehr, genau, mehr würde ich dazu auch gar nicht sagen wollen, weil im Prinzip gibt's keine neuen Ankündigungen. Ach so, man könnte noch kurz sagen, hab ich noch aufgeschrieben, er spielt zwischen Teil 3 und 4. Ja, whatever. Das, wie gesagt, das ist auch so was, wo ich mir denke, das wird wahrscheinlich ... Man könnte noch hinzufügen, dass für Battlefront die nächsten Updates ganz viel Clone Wars sind. Also dieses Episode 3 Zeugs mit dem jungen Anakin und dem jungen Obi-Wan und so die schlechten Teile. Die werden jetzt quasi noch in das Spiel mit aufgenommen. Naja, scheint auch seine Fans zu haben. Ja, ich glaub, gibt's genug Fans von. Ja. Aber wie gesagt, Star Wars, naja. Ähm, als nächstes kam dann der Macher von Unravel 2 oder beziehungsweise der Macher von Unravel und hat Unravel 2 vorgestellt. Der zweite Teil. Ähm, oh Gott, jemand schießt auf uns. Die Schalussie des Todes. Ähm, Unravel 2 auf jeden Fall. Ähm, das dann auch schon, das ist jetzt schon verfügbar. Genau. Wurde dann noch gesagt. Seit der Konferenz. Jetzt. Seit wir aufnehmen. Genau. Ist ein Zwei-Spieler-Spiel. Man kann's auch allein spielen, haben die gemeint. Genau, man kann's allein spielen, dann spielt man praktisch beide Figuren, ähm, nacheinander. Also kann die switchen, aber es ist eigentlich, denke ich mal, gedacht als Koop-Spiel. Hoffentlich Couch-Koop-Spiel, aber ich gehe stark davon aus. Bestimmt, ganz sicher. Ähm, es ist super niedlich, mal wieder. Ich hab, ich fand's ja lustig, ich hab, wir haben das Spiel sogar und ich hab's noch gar nicht, also Unravel, weil ich's unbedingt haben wollte und ich hab's noch gar nicht gespielt. Naja. Aber es sieht weiterhin super aus. Also es ist ein bestimmtes, tolles, kleines Spiel. Ja, man hat viele Szenen gesehen, wie die beiden eben vor einem wütenden Truthahn flüchten. Mhm. Warum auch immer, weil, aber der Truthahn wollte die anscheinend echt dringend essen oder so. Und die Level bestehen im Grunde aus Rätseln, wie beide diesen Truthahn entgehen können und von einem Bildschirm zum nächsten wechseln. Ja, typisches Jump'n'Run halt. Aber etwas untypisch im Vergleich zum ersten Teil. Der Fokus liegt offensichtlich ein bisschen mehr auf Action. Ich glaub, das wurde auch gesagt. Und weniger auf, wir laufen jetzt mal fünf Minuten über schöne Wiesen. Ja. Ja, muss man sehen. Also wie gesagt, ist ja schon erschienen. Genau. Ähm, ja. Ja, vielleicht etwas, was man sich mal anschauen kann. Aber, also zumindest etwas von den EA-Sachen, die angekündigt wurden, die, die ich jetzt nicht langweilig oder total abwählen finde. Bis jetzt das Interessanteste wahrscheinlich. Genau, genau. Dann kam gleich das nächste Indie-Spiel, die nächste Indie-Entwicklerin, eine deutsche Wissenschaftlerin offensichtlich, eine böse deutsche Wissenschaftlerin. Die kam auf die Bühne und hat gesagt, grüß Gott, my name is Ygritte, Ygritte from Germany. Also so in etwa habe ich es in Erinnerung zumindest. Das war vielmehr sehr lustig. Berlin, and I will destroy you. That is very exciting. Ja, nein. Es kam eine Entwicklerin von einem Indie-Studio, das das Spiel Sea of Solitude vorgestellt hat. Genau. Kurz SOS. Mhm. Und die sprach mit einem bezaubernd Klischee-deutschen Akzent. Wahrscheinlich wurde sie genau deswegen ausgewählt. Wahrscheinlich. Ich habe wirklich manchmal das Gefühl, weil auch wenn so von französischen Studios Leute kommen, die sprechen mit so einem, so einem krass französischen Akzent. Moment, wo ich mir immer denke, ey, ich werde doch, ihr werdet doch absichtlich ausgesucht, um sowas vorzustellen, oder? Das stimmt. Naja. Das kann schon sein. Hm. Dass man auch hört, wie international ihr ist. Ja, 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 es ist authentisch. Von Indie-Studio, da ganz die Welt unterstützen die. Wahrscheinlich ist es vielleicht wirklich so. Naja. Naja, auf jeden Fall, sie hat sehr viel erzählt über das Spiel. Alles so, naja, also, wie soll man sagen, Entwickler, bla, bla, PR, bla, bla. Ich fand das gar nicht so, Entwickler und eher bla, bla. Ich war überrascht. Nein, fand ich wirklich nicht in dem Fall. Ich fand das alles aussagslos, ehrlich gesagt. Also, das ist interessant, weil das fand ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich fand, sie hat halt drüber geredet, dass sie selber im Grunde das Spiel während einer Depression einer Tiefen geschrieben hat und sie wollte im Grunde das alleine sein in Kunstform, in Videospielform im Grunde aufarbeiten und dass man alleine zum Monster wird und wie man wieder zurück zu Menschen findet und so weiter. Und das hörte sich für mich tatsächlich authentisch an. Ich weiß nicht, für mich war es bla, bla. Vielleicht war es das auch. Ist ja absolut möglich. Ich sage nur. Es hat auf jeden Fall einen sehr schönen Stil, das Spiel. Ja. Also, gefällt mir irgendwie. Mir auch. Irgendwie ein bisschen auch creepy. Sehr. Ein bisschen sehr seltsam. Die Figur ist so ein Mädchen, das irgendwie, es hat aber leuchtend, also das ist komplett schwarz, bis auf die leuchtend roten Augen. Und pelzig offensichtlich. Und es ist pelzig, genau. Alles in der Welt ist irgendwie pelzig. Aber finde ich irgendwie, gefällt mir auf den ersten Blick. Also, kann man sich mal anschauen. Ist bestimmt irgendwie ganz cool. Ja, genau. Und auf so der simpelsten Ebene, ohne dass man das jetzt gespielt hätte und weiter interpretieren könnte, sieht es einfach nach so einer überschwemmten, postapokalyptischen Welt aus, durch die sich dieses Mädchen alleine bewegt in ihrem Boot. Genau. Abgesehen von riesigen schwarzen Monstern überall. Ja, schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall sah das sehr interessant aus, finde ich. Ja, sah interessant aus. Ist auf jeden Fall. Das waren diese beiden, EA hat ja immer diese ein, zwei Indie-Titel, die sie in den Ring werfen. Ja, das Einzige, was das für uns so ein bisschen rettet. Das stimmt. Es war irgendwie auch wieder so ein bisschen Fremdschämen, aber wir sind einfach auch nicht die Zielgruppe dafür. Es ist halt wirklich so. Aber nicht nur wir, weil meine nächste Notiz, und das ist mir wirklich aufgefallen, ist, Publikum schläft. Da war kein Klatschen mehr, da war gar nichts mehr. Da saßen diese zwei Personen, die engagiert werden, damit sie schreien, aber ansonsten war Stille. In der vordersten Reihe hat man noch ein paar gesehen, die so ein bisschen so, da war es vorbei. Und da war auch dann der Tieffpunkt erreicht, da wurde es richtig peinlich. Denn da wurde die nächste Evolutionsstufe der Real-Time-Strategy vorgestellt. Oh Gott, ja. Offensichtlich werden jetzt auch Handyspielen, in Handyspielen muss echt so das Geld stecken. Ja, offensichtlich. Und EA hat natürlich wieder eine seiner alten Lizenzen, seine alten geliebten Lizenzen aus dem Keller geholt, damit sie auf die Schlachtbank gelegt werden kann, damit man noch ein paar Euro rausschlachten kann aus dem Ding. Nämlich Command & Conquer kommt als One-Screen-Handy-Real-Time-Strategy-Spiel. Ja, irgendwie kämpfen zwei Fraktionen darum, wer jetzt die größere Kanone auf den anderen schießen darf. Ja, also in der Mitte der Karte ist quasi eine Raketenabschussbasis mit drei Zonen, die man halten muss. Und wer die Zonen länger hält, der schießt Raketen auf den Gegner und gewinnt. Und es sieht irgendwie wirklich richtig simpel aus. Es sieht sehr simpel aus, finde ich. Also selbst für mich, ich habe überhaupt gar keinen Zugang zu solchen Spielen. Und das ist ja meinetwegen schön und gut. Vielleicht macht es ja sogar Spaß, aber das wirklich Peinliche war, dass die das so als jetzt kommt der große neue E-Sport-Shit. Und dann haben sie irgendwelche professionellen Spieler auf die Bühne geholt und angekündigt. Ja, und professionelle Kommentatoren, die das kommentiert haben. Und dann saßen die da und haben auf ihrem Handy rumgedrückt. Und das war echt so peinlich. Und eben, die Reaktion vom Publikum war eben auch genau angemessen. Niemand hat irgendwie auf ihre... Die haben so versucht, Stimmung zu machen, die beiden. Ich meine, die können das auch gut. Das hat man ja gemerkt. Das sind halt professionelle Kommentatoren. Die machen da schon Stimmung. Also zumindest suggerieren sie, es wäre Stimmung. Genau. Aber das hat in dem Moment, finde ich, gerade so diesen fremdschämigen Moment noch verstärkt. Weil die waren so bemüht, Stimmung zu machen. Aber da war keine Stimmung. Da war nichts rauszuholen. Was ich davon halte, sieht man auch nur, weil ich mir einfach Smileys auf mein... Also an der Stelle habe ich mir einfach Smileys auf mein Papier gemalt. Naja. Naja. Command & Conquer Rivals heißt es übrigens. Ah ja, vielleicht seid mir... Stimmt. Vielleicht seid mir die Namen auch noch so. Ich will nicht mal sagen, dass das nicht vielleicht ein nettes Handyspielchen ist. Aber vielleicht sollte man es auch als so eines vermarkten. Das war meine, meine... Ja, genau. Ich meine, ihr könnt es ausprobieren. Es ist auch jetzt schon verfügbar. Genau. Zumindest auf Android, glaube ich, wurde gesagt, dass die Alpha... Genau, Demo oder irgendwie sowas. ...auf Android schon verfügbar ist. Also, und iOS wird wahrscheinlich auch bald kommen. Naja. Gut, meine nächste... Meine nächste Notiz ist, der CEO von EA sieht einfach schon aus wie ein Arschloch. Also, ich weiß nicht, der Typ ist doch einfach... Also, ich meine, wenn der redet, sieht man schon, dass der einfach wahrscheinlich kein netter Mensch ist. Naja, hm, gut, der hat halt... Also, wenn einem der an einem Vertrag hinlegt, dann sollte man laufen. So ungefähr wirkt der. Und zwar in die andere Richtung. Genau. Genau. Ja, ähm, ja, der hat halt ein bisschen erzählt, dass sie doch auch alle total wohltätig sind und ganz viel Geld gespendet haben. Genau. Glaube ich. Aber ich habe nicht so richtig, ich weiß nicht... Doch, da ging es um irgendwelche Foundations gegen Bullying und sowas. Ja, Diversität. Halt so Marketing bleibt er auch wieder. Genau, und dann kam das große, ich glaube, EAs großes Sternstück auf dieser... Ja, würde ich auch sagen. Auf dieser Präsentation, nämlich Anthem wurde vorgestellt. Genau, Anthem. Ein bisschen... Das ist ja schon... Also, geteased wurde es ja schon letztes Jahr. Genau. Und dieses Jahr haben die jetzt ein bisschen mehr gezeigt, aber ehrlich gesagt nicht wirklich mehr, oder? Ja, sie haben ein bisschen drüber geredet. Ne, sie haben schon relativ viel gezeigt, relativ viel Gameplay auch, aber sie haben die Klasse ein bisschen vorgestellt. Aber ich glaube, es ist für uns halt alles so... Es ist halt so generisch. Also, das ist ja das Lustige. Ich habe irgendwann zu Sebi gesagt, also ganz ehrlich, stell mir das Spiel hin und daneben Destiny. Ich würde keinen Unterschied erkennen. Und das Lustige ist, du hast in dem Moment gesagt, ja genau, das habe ich mir gerade aufgespielt. Genau. Also, und so ist es auch wirklich. Also, ich meine, ich habe Destiny nicht wirklich gespielt. Ich kenne das auch nur von Bildern. Ich bin... Ich spiele das nicht selbst, aber... Also, weiß nicht. Gefühlt eins zu eins. Also, gerade das Charakterdesign und der Trailer vor allem auch sah einfach aus wie Destiny. Und dass man zu viert auf irgendwelche Missionen geht und die löst und dann kommt man zurück in die Hubworld, die dann als die Singleplayer-Experience verkauft wird, weil in der Hubworld rennt man alleine rum und redet mit NPCs, ist auch sehr Destiny. Und auch eben das Design der Anzüge ist irgendwo so zwischen so einer Mischung aus Warframe und Destiny, wenn das jemand kennt, Warframe. Und es sieht eben sehr unoriginell, was das angeht, aus. Ja. Ja, ich muss auch sagen, das hat mich irgendwie komischerweise so gar nicht angemacht. Also, ich finde das Jetpack-Fliegen, finde ich cool. Das sah auch cool aus. Aber alles andere... Im Endeffekt muss man vielleicht ganz kurz erklären, falls das jemand nicht kennt oder nicht gesehen hat. Im Endeffekt ist das, man muss sich das vorstellen wie ein Iron-Man-Spiel, auf einem seltsamen, technisch durchwachsenen Planeten, wo so Natur und Technik ineinander übergeht. Und man fliegt durch die Gegend und kann mit verschiedenen Fähigkeiten vier Spieler-Koop gegen andere Roboter und Bestien kämpfen. Genau. Ja. Ja, das ist zumindest das, was man bis jetzt weiß. Dann kamen halt so drei wichtige Figuren. Also, was weiß ich, der Lead-Designer, glaube ich, war dabei. Und die Schreiberin oder so, die Story-Schreiberin von Anthem wurden auf die Bühne geholt. Mit dem wurde ein vorbereitetes Interview geführt, wie es halt so ist. Mit Fragen, die alle vorher schon klar waren und so. Und das, was ich daraus mitgenommen habe am meisten ist, dass sie gesagt haben, ja, sie wollen die Story halt so offen lassen oder die Story wurde so geschrieben, dass man da praktisch auf Jahre weg noch Story hinzufügen kann. Also, dass das praktisch immer weitergeführt werden kann oder dass da halt auch Neben-Stories ausgeführt werden können, wenn man das will. Und das hört sich doch, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das scheiße. Ja, für mich klingt das nach so einem Zehn-Jahres-Plan wie bei Destiny. Ja, es ist halt so, ja, schauen wir mal, wie viel wir da noch rausholen können. Genau, wenn sich's verkauft, machen wir ein bisschen Story noch. Deswegen lassen wir die Story halt möglichst offen und generisch. Und wer will denn sowas? Also, ich, nee, wer will denn sowas? Ja, das stimmt. Das habe ich auch mir gedacht. Ja, und auch so, schon allein, da es so einen stark auf Multiplayer gelegten Fokus hat, ist es einfach jetzt auch nicht in meinem Aufmerksamkeits-Fokus. Also, im Prinzip haben sie gesagt, man kann es, Einzelspieler spielen, aber man sollte nicht. Genau, ich kenne die genaue Wortwahl nicht, aber ich impliziert wurde, ja, man kann schon allein spielen, ist halt dann scheiße. Ja, im Prinzip schon, es ist halt viel schwerer. Und es wurde gesagt, ja, man soll doch, man soll doch, wenn man dem eine Chance geben und das wirklich online mit anderen Leuten spielen. Ja, okay, weiß nicht. Ich auch nicht. Das ist so ein bisschen schade, was aus Bioware geworden ist, habe ich mir so ein bisschen aufgedacht. Ja, das stimmt, oder? Ja. Statt einem großen, coolen Rollenspiel mit interessanten Charakteren kommt jetzt der neue Multiplayer-Shooter à la Destiny. Ja. Echt schade. Echt schade. Aber da weiß man jetzt auch, wo die Ressourcen hingeflossen sind, die eigentlich dringend in Mars-Effekt Andromeda hätten fließen sollen. Ja, ganz genau. Tja. Genau dahin. Ja, was kann man abschließend noch sagen? Es kommt raus, nächstes Jahr im Februar ist zumindest angepeilt. Wer weiß, bei solchen Ankündigungen, das ist ja immer so eine Sache. Schauen wir mal, ob es nächstes Jahr überhaupt rauskommt. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, was man noch sagen könnte, ist, dass es vier Klassen geben wird und die vier Klassen könnten auch generischer nicht sein. Ja, genau. Also man ... Der Soldat, der Tank, der Schleicher wahrscheinlich. Schleicher, würde man sagen. Ja, genau. Der Schnelle. Und die Special-Klasse. Genau, der Magier. Der hat einen Umhang und schwebt ganz anders und schießt Blitze. Ja. Ja. Ja, ist total innovativ also. Genau. Im Endeffekt haben wir quasi den ... Also so die klassischen Fantasy-Charaktere, den Ritter oder den Soldaten, den Barbaren, den Dieb und den Magier. Ja, nur halt eben in Rüstungen, in Iron-Man-Rüstungen. Ja, in Cyberpunk-Rüstungen. Cyberpunk. Naja, könnte man ein bisschen sagen. Ist halt mehr ... Ich glaube, wir sind ja gerade live nebenbei den Streamen und ich glaube, denen ist gerade die Konsole abgestürzt, als einer ein Tor geschossen hat. Weil auf einmal wird der Bildschirm blau, die Kamera hat schnell auf die Spieler gefadet, geguckt und alle haben ganz blöd geguckt. Naja, wie dem auch sei. Ich muss nur gerade grinsen, weil das neue FIFA, das nebenbei nach der Pressekonferenz jetzt gespielt wird, ist den anscheinend gerade abgeschmiert live. Tja, und das ist auch ein guter Zeitpunkt für unseren Podcast. Auch unser Podcast wird jetzt live abschmieren. Ganz genau. Ja, das war unsere Live-Berichterstattung. Mehr oder weniger. Fast live. Von der EA-Pressekonferenz 2018. Genau, und da wir einige Podcasts nachzuholen haben, werden wir jetzt zu jeder Pressekonferenz einen weiteren dieser Sorte machen. Genau, freut euch schon auf den Podcast, den wir nachts um vier aufnehmen werden auf der Sony-Konferenz. Genau, dann haben wir nämlich unsere fehlenden zwölf Podcasts, die wir jetzt hinterher sind, einigermaßen wieder aufgeholt. Wir versprechen ab sofort einfach nichts mehr. Natürlich nicht. Und ihr werdet ja sehen, wenn irgendwas kommt. Ich habe zum Glück in der ersten Folge Anfang des Jahres schon gesagt, dass wir einfach Ende des Jahres halt dann die restlichen, so im Dezember die restlichen 23 Folgen aufnehmen. Ganz genau. So ähnlich wird es auch sein. Na gut, dann machen wir Schluss. Machen wir den Sack zu. Genau. Beten wir die Gäste raus. Wir haben EA jetzt zumindest schon mal abgehakt. Ja. Und können jetzt zu den wirklichen. Genau, jetzt kann es endlich wirklich losgehen. Ist ja traditionell schon. Ey, aber ich bin schon froh, dass die dieses Jahr keine Sportlegende auf der Bühne hatten, die eine Viertelstunde lang über Ehre und Fußball berichtet. Ja. Ist schon besser geworden. Immerhin war es kurz. Es war kurz. Das ist das Gute dran. Also dann. Oh je, oh je. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.